ja liebe freunde ich habe ein kleines kurzes video für euch für zwischendurch der thomas und der markus waren gerade da der thomas hatte noch einen alten boldor tank den er irgendwann mal entrostet hat und er wolle den mal von innen betrachten also haben wir gerade mal endoskopiert und ich habe auch die aufnahme mit laufen lassen bei der endoskopierung da könnt ihr das auch mal sehen wie so ein endoskopierter tank von innen aussieht oder überhaupt ein tank von innen aussieht der mal versucht wurde zu entrosten vielleicht interessiert es jemanden vielleicht hilft es jemandem ich wünsche euch viel spaß dabei willkommen bei sams channel ja guckt euch die zwei an der markus den kennt ihr ja mit der bmw mit der 100 gs die ich mal zerlegt habe und der thomas der thomas hat gerade einen alten tank mitgebracht den er den er sich noch mal angucken wollte von innen und ja ich lasse die beiden herren ist einfach noch ein bisschen fachsimpel und dann werden wir den tank endoskopieren das ist ein alter tank den hat der thomas irgendwo aufgetrieben den hat er schon seit jahren rumliegen und er wollte einfach mal reingucken gucken wie verrostet er ist genau und der markus hat gerade gesagt er wollte dieses jahr noch die bmw aufbauen glaube ich zwar nicht aber naja schauen wir mal jetzt ist es amtlich ist alles alle gehört gut also gucken wir mal rein gucken wir mal in den tank gut dann stelle ich die kamera mal dahin und dann machen wir die die endoskop kamera an und dann guckt man mal rein und ihr kriegt dann wieder die die bilder von der endoskop kamera ich habe meine brille gar nicht auf die müsste auch gehen irgendeine irgendeine ist immer da dann machen wir mal auf aufnahme videoaufnahme hoch hat doch eben eben zeigt das aufnimmt hier ist schon rost ja da eben mit schwefel ich habe dir mit zitronensäure habe ich den eigentlich sauber gemacht und danach phosphor reingekippt ja also das was du jetzt siehst ist flug rost das ist so schnell kannst du die schwefelsäure noch nicht rein kippen das was auch guck mal hier die siehst du die naht die ist völlig verrostet ach du scheiße guck mal hier thomas naja ja das kann aber auch dieses dieses zeug sein da ist aber was drin also wenn du mich fragst ist das rost aber höchstpersönlich auf die andere seite na gut das sind ganz normale wände jetzt hier das ist nicht so interessant die naht ist schon das interessanter was mit der zitronensäure es hat nicht so geklappt wenn da was war das andere das ist nichts hier ist hier ist ganz gut hier 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 kommt was hier hier kommt was ist da wird es noch mal wir sind jetzt relativ weit vorne hier also wir sind jetzt relativ weit vorne hier wo der tank ziemlich eng wird ich habe auch so eine beschichtung reingekippt kann vielleicht aber das ist so thomas redest du dich schön das ist rost also da muss ich nur mal ran ich mache das mit zitronensäure wieder lasse ich halt länger stehen oder ein höheres konzentrat irgendwie kriegst du schon hin und was mir wichtig ist hier oben guck mal hier ist der ausgang hier ist der ausgang vom benzin hauen da bist du ja stimmt oder ist nicht das ist das nicht das ist ach wir gucken gerade nach hinten wir gucken gerade nach hinten hier das ist nicht der ausgang das ist der tank deckel ist der eingang das ist der eingang über den wir gerade drin sind ja genau und hier noch mal jetzt gucken wir jetzt gucken wir aufs dach jetzt gucken aufs dach jetzt gucken wir von innen aufs dach genau jetzt guck mal nach hinten das ist jetzt das dach man kann jetzt nicht sehen ob da eine beule ist das ist zumindest keine scharfe beule dieser irgendwie das anders vorgestellt ja das ding guckt jetzt nach oben das ding guckt jetzt nach oben der der hals und du meinst deswegen diesen ja wegen dem hier das ist hier gespachtelt ja gut dann ist das das sieht eigentlich nichts jetzt muss man das alles abschleifen also rost noch relativ viel drinnen aber siehst du diese beschichtung hier das hier das hier das war diese tankversiegelung siehst du das rote das ist kein rost das ist die tankversiegelung das kannst du nicht weg machen das ist das zeug siehst du siehst du siehst das war diese komische tankversiegelung das habe ich auch beim forsch reingekippt und dann ist das so gelblich geworden das ist vom wagner glaube ich die tankversiegelung und dann ist das auch danach entstanden diese flecken das war vorher war das fast alles blank rostwerk kannst du es jetzt mit ein bisschen anlösen weißt du das ist diese komische tankversiegelung hier das heißt das ganze rote ist diese komische tankversiegelung das war so wie so ja wie so flüssiges wie so klarlack ist das und das ist danach immer so fleckig kalt geworden ja ja das müsste beim laubfrosch genauso aussehen ich habe halt da die reste reingekippt was ich noch hatte in den tank da habe ich das ganze zeug reingekippt dann habe ich das wieder aufgefangen und dann habe ich da ein teil reingekippt und neues zeug das was ich halt noch hatte verstehe ja deswegen weiß ich nicht ob das wirklich rost ist ob das vielleicht von dieser tankversiegelung der dreck ist wo sich da irgendwas drunter gesammelt hat das rost ist also guck doch mal hier diese naht hier an sie kurs gebe ich dir vollkommen recht das also wenn du dir eine rostige naht vorstellen wolltest würdest du sie doch genau so vorstellen oder nicht ja aber es ist halt nichts abgeplatzt irgendwie müsste man jetzt mal mit dem schraubenzieher oder mit irgendwas kratzen das hier sieht mir nach rost aus weißt du die stelle ist da hat es schwarze das ist auch irgendwie also das hier glaube ich dass das irgendeine versiegelung ist aber aber hier dass es hier nichts hat dass es hier glänzt und dann nur hier oben ist habe ich das vielleicht zu lange auf dem deckel liegen lassen ich weiß es nicht ich habe das immer mal gedreht weißt du ja flüssigkeit war drinnen hat das nochmal zwei stunden so rum zwei stunden so rum zwei stunden so rum und dann hast du den rest einfach ausgekippt du hast ja gesehen wie es im benzin wie es bei dir am benzinhahn ausgesehen hat ja so eine richtige gelbe feste pampe na gut ich glaube mehr erkenntnisse haben wir jetzt nicht so wieder aus soll ich dir mal hier drauf da ist das ganz wenig nur da könnt ihr hier nochmal reingehen ich kann nochmal den mal nochmal an bringt aber jetzt auch nicht so viel mehr erkenntnisse ich hätte vielleicht die tankversiegelung mit nike ich hatte es erst mit so phosphor gemacht erst zitronensäure dann dieses phosphor zeug war dabei und dann halt diese tankversiegelung noch zum schluss und vielleicht war es eins zu viel hier sieht man recht schön denn diesen diesen buckel da ach jetzt guck jetzt hast du es nach oben jetzt ist es jetzt sind wir hier am jetzt ist praktisch der rückwärtsblick auf von innen auf den benzinhahn ja das sieht gut aus jawohl ach dann war das der buckel hier ja genau ja das ding ist geil also die qualität schon ja das ist schon die schlechte ok ok danke ja dann muss ich da nochmal reingehen also erst schleife ich ihn mal ab und dann schauen wir was passiert dann gibt es mal ein kleines endoskopie video für zwischendurch für die zuschauer vielleicht interessiert es dir der eine oder andere ja kann man sagen ob das bei denen auch so geworden ist oder ob das wie das ergebnis geworden ist bei denen bei so einer tankversiegelung wer ja schon mal reingeguckt hat weiß ich ja ja ich habe es ja auch noch nie gesehen ja ich habe es ja immer hier am anfang gesehen und da sieht es ja auch aus wie rost aber wenn du reingehst siehst du halt das ist kein rost das ist ich bin mit den nasenfigern reingegangen das ist alles sauber naja Schluss wieder was neues genau ja freunde das war es das kurze video ich wünsche euch ein schönes wochenende und bis demnächst bei seinem channel und tschüss auch es noch die das